Ich bin Jonas Döbelbeiss und ich bin Künstler. Für mich ist Kunst grenzenlos. Für mich ist Kunst Freiheit und Leidenschaft. Mit meinen Bildern möchte ich dem Betrachter einen Freiraum schaffen. Natürlich kann er selbst eine Beziehung zum Bild aufbauen. Meine Bilder sind manchmal provokativ, ehrlich. Sie widerspiegeln zum Teil den Sinn des Lebens. Jedes Bild ist einzigartig, so wie wir Menschen auch. Und das macht meine Kunst aus. Ich male sehr gerne. Es ist eine Leidenschaft. Und wenn ich mal male, dann haltet mich relativ wenig davon ab. Wir sind herzlich eingeladen zur ersten internationalen Kunstausstellung hier in Bad Ragaz beim Golfclub. Ich darf mit meinem Werk ein Teil dieser Ausstellung sein. Die Venisa ist am 23. Januar hier in Bad Ragaz.